Die Rückverfolgbarkeit Ihrer Produkte und Prozesse sowie das Einhalten der entsprechenden Regulierungen sind essentiell für Ihren Betrieb. Warum also sollten Sie sich auf einen halbautomatischen Ansatz verlassen? Die Rückverfolgungslösung für die Bühler Anlagenautomation stellt die lückenlose Dokumentation während des gesamten Produktionsprozesses sicher. Jeder Bestandteil, der Ihrem Produktionsprozess zugeführt wird, ob Rohmaterial, Wasser, Zusätze oder eine manuelle Beigabe, wird im System automatisch dokumentiert. Das macht die Rückverfolgung der Endprodukte möglich. Sie können Ihren Kunden Rechenschaft über die Herkunft von Rohmaterialien und anderen Bestandteilen des Endproduktes ablegen, zurück bis zur Annahme. Nicht nur das, auch ein Vorwärtstracking ist möglich. Die Lösung sammelt Informationen in Echtzeit und registriert, wo sich Ihr Korn im Prozess gerade befindet. Anders gesagt, Sie wissen jederzeit, welches Silo gerade mit welchem Roh- oder Halbfertigprodukt gefüllt ist. Unsere Zukunftsvision ist es, Ihnen dabei zu helfen, Ihr Produkt vom Feld bis auf den Teller zu verfolgen. Unsere Rückverfolgungslösung reduziert Ihren administrativen Aufwand, verglichen zur manuellen Eingabe um 80 Prozent. Da die Daten innert weniger Minuten abgerufen werden können, ist es möglich, Informationen für einen Audit oder eine Kundenanfrage viel schneller bereitzustellen. Mit einer kompletten Automatisierung können Sie menschliche Fehler minimieren. Das System vergisst keine Information. In Verbindung mit Qualitätssensoren entlang der Produktionskette macht das Tracking eine größere Transparenz möglich. Beispielsweise mit Informationen darüber, wie das Produkt hergestellt wurde oder welchen Nährstoffgehalt es enthält. So können Sie sich von Ihrer Konkurrenz abheben. Weiter können Sie die Informationen nutzen, um besser zu verstehen, welche Zutaten und Maschinen das qualitativ hochwertigste Produkt ermöglichen, wodurch Sie Ihre Prozesse optimieren können. Egal in welchem Ausmaß Sie die Rückverfolgungsoptionen nutzen, Bühler hat die Technologie und das Prozesswissen, um die Rückverfolgung für Ihre individuelle Anlage und Ihre Ansprechgruppen zu ermöglichen.